Ja, Freunde und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scooom. Weiter geht's hier im Takt der... Ich hab einen kleinen Haken-Schlag gemacht, Leute, und bin von hier oben so gelaufen und jetzt hier. Ähm, einfach mal, um einen konsequenten Richtungswechsel durchzuführen. Ähm, wir wollen nämlich heute das Herfield plündern. Ich hoffe zumindest, dass wir was kriegen. Ja, ursprünglich wollte ich eigentlich nur zurückgehen. Weil ein Cargo-Drop ist unter mir so gefallen, ne? Ja, und dann, äh, wo ich da hingelaufen bin, äh, direkt vor der Nase explodiert, ne? Da hab ich gedacht, äh, ganz toll, äh, also... So was Blödes wieder, ne? Da hab ich gedacht, ja, dann kannst du auch eben weiterlaufen und in Richtung R fehlt. Wo wir jetzt sind. So, Frühstücken. Kurz ernähren hier. Hier gibt's ja sonst nichts anderes. Das ist mein Tippi. Ich hab noch nicht gefrühstückt und nix. Bin die ganze Zeit nur gelaufen, Alter. Hier, deswegen hab ich ein bisschen Wasserdefizit. Ja, aber man merkt das schon, ne? Seit der 04, seit dem Server-Vibe, seit dem Neustart des Spiels hier. Das, also, zumindest an mir, dass man nicht mehr so viele Items findet, ne? Normalerweise haben wir ja sonst immer gleich schon irgendwie was gehabt, was geil ist, ne? Aber jetzt... Nur ein paar Kleinigkeiten, ne? Weg damit. Ah, da kommt schon Zombie, oder wat? Ähm... Ja, Zucker ist da und Wasser ist ganz da unten, ey. Das ist immer wie in dieser Rennerei. Der muss stundenlang hier laufen, ey. Ich hab mir gedacht, ne, das nimmst du nicht auf, weil das scheiße ist. Er hat schon Lust, jedes Mal das Laufen zu sehen. Aber ich hab auch keine Lust, auf jedes Mal zu laufen. Bedeutet, wir brauchen ja nicht wieder ein Auto. Also, ich weiß nicht. Wenn man alles hat und als Jagd hier so, als Jäger unterwegs ist, ne? PvP oder so, dann macht... Dann ist das ja egal vielleicht, ne? Dann... Macht das vielleicht Spaß, mal hier so durch die Wälder zu streifen und Leute da zu rauben oder sowas. Aber sobald du noch in diesem Modus bist, wo du noch nix hast und noch sowas suchst, ne? Also, dann braucht man schon ein Auto. Zumindest ist das bei mir so. Also... Voll die Blumen im Gesicht. Ich möchte schon auf jeden Fall ein Fahrzeug haben. Die Lauferei und sowas, das ist mir zu groß. Die Welt ist einfach zu groß dafür. Oh, ne, ey, Leute, ey. Ich spiel hier vor mir das so früh, ey. Damit ich mal hier endlich mal Loot krieg, ne? Und was ist? Hier ist schon wieder einer, ey. Und der Loot lutscht hier alles leer, ey. Ey, wie früh muss ich denn noch spielen, Mann? Damit ich mal hier... Wie Spiele haben wir denn online? Sechs im Moment. Wir haben es vormittags. Die sind genau da, wo ich jetzt bin, hier. Das gibt's doch nicht. Ich spiele dir die Arsch gerade, ne? Ich krieg einfach nix, Leute. Ich krieg einfach kein Loot. Vielleicht finden wir ja wenigstens... Oh, hier ist auch alles offen. Ich nehme mal die Pistole, ne? Ist komplett leer gelutscht, ey. Ist das zum Kratzen? Wie viel hast du noch? Ne, ich was noch da drin. Okay. Ja, was kann man hier finden? Gar nix. Ich brauche einen neuen Rucksack, damit wir mehr schleppen können. Ja, die sehen einfach sowieso 3000 Kilometer weit. Geht der schon wieder los, ne? Geht der Stress hier schon wieder los? Meint er mich oder den anderen Spieler? Ja, dann ist noch ein anderer Spieler da hinten. Oh man, fett die, ey. Das hab ich mir gedacht, dass die nix bringt, ey. Doch, der ist tot. Cool. Ja, schießt sich schon wieder durch die Wand. Gleich ne Blutung. Auf jeden Fall ist hier ein anderer Spieler noch aktiv. Super. Meine Patagen hat er nicht gespeichert, Leute. Geht das schon wieder los? Speichert, der kriegt ja das immer noch nicht hin hier. Achso, man kann jetzt nur noch einen oder was? Ja, das neue Scum-System, da muss ich jetzt mal drauf klarkommen jetzt hier. Oh, ich glaube, ich mach mir mal eben den Zombie dazu brei. Ich mach die neuen Nadeln, brauch ich, ne? Mal eben kurz neue Näh-Sets machen. Wie sieht's überhaupt aus? Wir sind ziemlich zerstört schon, ne? Lass mich reparieren, ey. Ganze Laufen und Gekrebse durch den Wald und dann beschossen werden. Jedes Mal gehst du kaputt da dabei, weißt du? Und dann kannst du irgendwann die Items gar nicht mehr reinpacken. Weil die so kaputt ist hier, ne? Aber ein Pröpfe können wir leider nicht machen. Vielleicht finden wir noch ein paar geile. Jetzt ist der vor mir auf einmal. Hat er ein Auto oder was? Das fehlt mir noch. Da wäre ich bloß zum Damm gegangen, Leute. Mann. Ja, du bist ja ein PvEler, schreiben denn noch welche. Aber, ja, witzig, ey. Wenn ich nie richtige, vernünftige Sachen habe, dann kannst du auch kein PvP machen. Was bringt denn das hier? Guck mal, ich hab keine Munition, Alter. Hier, ein Magazin nur. Mit 20 Schuss oder sowas. Ich brauch gar nicht... Oh, nervt doch. Alter, du schießt ja wieder durch die Wand. Ja, klar. Ich werde die... Was haltet ihr davon? Ich möchte die Roboter ausstellen, Leute. Ohne Scheiß. Ich möchte die echt komplett ausstellen. Irgendwie, dass wir mehr Zombies haben. Und diese Scheiße hier hört auf mit den Robotern. Das nervt. Ich möchte lieber gegen Spieler schießen, ey. Da hinten läuft einer, ne? Und du kannst schon wieder kein PvP vernünftig machen, ne? Also, wenn ich's denn könnte. Weil einfach überall Roboter sind. Einfach zu übertrieben, zu viel. Absolut nervtötet. Das dauert auch zu lange, wenn ich das einwickeln. Also, es gibt immer Tage, da bin ich dann aggressiv, wenn ich Scum spiele. Ist wirklich so. Da rege ich mich über viele Sachen hier dann immer auf. Also, die Mächs gefallen mir nicht, Leute. Da würde ich irgendwie was ändern. Oder ich mach das so... Drei, zwei, drei, drei. Mann, wie lange braucht der da? Oder ich mach das halt so, dass wir das irgendwie so einstellen, dass die weniger sind. Der ist nicht an jedem Punkt irgendwie ein Mächs. Aber der verteilt das irgendwie so nach Lust und Laune. Weiß ich auch nicht. Wär auch noch ne Möglichkeit, oder? Aber es gibt auch keine Einstellung vernünftig, ne? Wo du's sehen kannst. Also, dieses Serversystem, wo du das einträgst. Das ist alles nur mit Zahlen. Und dann weiß man nicht, was die Zahl bewirkt, die du da änderst. Da steht nur ganz grob immer. Ganz grob, was du ungefähr machen kannst. Oh ne, ist das verscheuert wieder, ey. Guck mal, ich krieg nur noch Blutung, ne? Junge, brauche ich bald neue Bandagen. 10% weg. Aber du hast gesehen, wie schnell der geschossen hat, Tür aufgegangen. Schon kam ne Kugel, ne? Und das ist eben das Übertriebene. Standardwert ist 1 bei den Robotern. Also, und das heißt, überall sind Roboter und die sind absolut tödlich und sowas, ne? Aber was passiert ist, wenn ich da 2 mach oder 0,9 oder 0,5? Das weiß man einfach nicht, ne? Was zum Server einstellen ist, ist echt blöde. Müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Also, ich hätte Bock auf jeden Fall, die wegzureduzieren. Da hinten in der Halle ist auch einer. Sind hier 3 Leute? Oder ist der mit dem Auto rübergefahren? Dann geh ich halt nach links wieder, oder was? Meine Güte. Die Hallen hier sind immer ein bisschen schwieriger zu looten. Das ist ja sogar die Pistole, die ich hab, ne? Vielleicht finden wir deswegen hier wenigstens noch ein bisschen loot. Halt nicht so rennen, der hört uns doch. Oder sieht uns, oder alles. Und es ist halt mein Lootglück, ne? Ich find gar nix. Schmutter! Ach, Schrotgewicht hab ich weggeschmissen, ne? Ja, will ich gar nicht mehr haben, stimmt. Das wär echt zu dumm mit den Schrotflinten. Also, die haben ja so oft Fehler, das hat kein Lust mehr zu. Deswegen probieren wir jetzt mal... ...das irgendwie anders aus, ne? So, Knochen wollte ich nochmal aus dem Typ, ne? Ja, ja, der ist ja auch. Oh, ist der schon verschwunden? Oh, Mann. So, ja, während die wiederkommen, machen wir natürlich Waffenpflege. Mal hier kurz reparieren alles. Das hat muss man ja nutzen. Jetzt schießt da hin wieder einer. Bandages rausnehmen. Ich brauche noch so ein Klebeband, ne? Guck mal, wie weit die gucken können. Hat ja auch jemand geschrieben, dass die irgendwie unnormal weit gucken können und da auch außerhalb des Airfields rausschießen. Oh, Mann. Ja, nervt nicht. Warte mal, kann ich mich nicht mit dem Fussel hier bandagesieren? Wo war der? Mal, bitte. Aber in der letzten Kiste wieder, ne? Ne, jetzt ist er weg. Keine Ahnung. Kein Bord mehr. Da war doch eben so Stoffreste oder sowas. Geht nicht. Zweifleit. Bündel daraus machen, was bringt das? Habe ich auch noch nie gemacht. Bündel daraus machen. Wir skillen heute Medics, gell? Holy shit. Rein. Irrenhaus. Vertreter, Ära. Pibo. Bei Jarvis bin ich unten. Loll. Na, die Nüsse. Das sieht auch mal aus. Das Gummibärchen. Hört sich auch lustig an. Ja, hatte ich schon. Mein Gott. Los. Ja, bis jetzt nur Ratze hier, ne? Da haben wir zwölf. Weg damit. Wieso? Da gucken wir mal nach. 21. 21 von 20. Hört sich auch lustig an. Uns fehlt noch eine effektive Waffe gegen die Roboter. Ich wäre ja für einen Raketenwerfer. Oh, ich schieße sofort los, ne? Er darf lustig humpeln, Alter. Dann bin ich tot. Scheiß Humpelage. Was fummelt der denn da so lang rum, Alter? Einfach nur Magazin rein, dann ist gut, Alter. Guckte sich das Ding eben noch so blöd an. Neun Murmpilz. Aber verletzt bin ich nicht, lustigerweise. Hier alles leer gelöst war. Wann, wenn das Ding können wir gleich noch? Ne, das haben wir, ne? Ne. Aber wir können das mal im Kleinen hacken. Fantasen machen, ne? Die gehen ja sonst langsam auch aus. Bei meiner Spielweise hier. So, Knochen machen. Oh, sind das Dreckslamm. Aber eklig. Knochen machen. Was ist er hier? Nadeln machen. Reparier-Sets bauen. Tee trinken. Äh, und Sets bauen. So. So, da haben wir schon unser schönes Tötchen hier. Zap. Toll an, Mosse. Die ganzen Teile voll auf den, auf diese Palette darauf gelegt. Wie das aussieht. Und jetzt, ähm, möchte ich aber noch eine Nadel machen, du Knilch. Aber das geht nicht. Warum nicht? Muss ich jetzt da, aus ihm hier, kann man nur eine, äh, das Brotzombie eine Nadel machen, oder was ist hier los? Ja, scheint so, ne? Und guck mal, das stapelt ja auch irgendwie auf die Kisten. Da, lol. Ha. Lass dich aus. Okay, aber gut, dann reicht das nämlich auch. So, guck an. Dinger machen wir mal da rein. Batschi, 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 batschi. Batschi, batschi, batschi. Ach so, das liegt ja auf dem Boden. So, zap. So, unser Reparatur-Ding, guck mal, der ist ja bald weg. Wunderbar. So, und hier hat der Spieler wahrscheinlich alles schon leer geräumt, ne? Ey, das ist doch nicht zu fassen, oder? Wollte nicht, dass immer alles gleich leer ist, ne? Das ist halt gierig, sind die irgendwie, ne? Oder ist allgemein hier nichts drin zu finden, können ja auch sein. Tut fisch. So, wir sehen meine Klammern aus. Ich hab wieder kaputt gemacht. Boah, ich hab, was läuft auch. Oh Mann, ey. Hab ich das schon? Ach nee, ich wollte ja Sandfarben. Geh doch mal weg, ey, du Nervsack. Ne, wir wollten ja nicht grün, sondern sandig machen, ne? Damit... Na, wo sind denn jetzt die Putzlaben? Ey, das ist manchmal aber auch, ey, ne? Wisst ihr, wie ich mein? Draußen gelandet, ganz toll. Ja, ich glaube, heute sind wir nicht wirklich wieder produktiv, oder? Und so, ey, ich die ganze Zeit irgendwie im Raum, ey. Ich komm einfach nicht mehr vorwärts. Das ist voll traurig. Ein Trauerspiel. Alle sind schon voll am Reinen und sowas, ne? Die haben schon Burgen gebaut und so. Die haben schon fünf Autos. Voll equippt. Tarnanzug. Guck mal, diesen Gilles anzuholen, wie das Ding heißt. Hab ich auch noch nicht gefunden, ne? Ich find gar nichts mehr, ey. Eine Schrotflinte, aber die würde ich nicht haben. Gammelpatronen. Hm. Zapp, zapp, zappelizub, 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 zappelizub. Null. Nada. Nicht ein vernünftiges Ding. Jetzt endlich mal das erste Mal. Hier, das Ding brauche ich. Weil wir haben ja nur ein Trommelmagazin, weil wir ja gar nichts anderes finden. Jetzt geht das wieder nicht, ey. Eins drücken. Nachladen. Steuerung R. Ähm, Steuerung ist gar nicht. Shift R. 69 von 75. Okay, besser als nix. Da bin ich schon mal happy, dass wir das jetzt gefunden haben, ne? Jetzt hat er die Axt irgendwie auf eins gelegt. Warum? So. Ja, also hier werde ich auf jeden Fall dann in der nächsten Folge auch weiter looten, Leute. Und so lange, bis ich mal wieder endlich mal was hab hier. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich brauche doch Stoff hier, Mensch. Vernünftige Symptome, Brauerei. Gut. Ja, so ein bisschen was. Naja, hat sich... Okay, Munition ist schon auf jeden Fall nice. Aber sonst haben wir einfach noch zu wenig, ne? Wahnsinn, oder? Gut, wir sehen uns morgen schon wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann. Bis dann. Bis dann.